Das rituelle Gebet wird fünfmal am Tag, nämlich morgens, mittags, nachmittags, abends und nachts, verrichtet. Die rituelle Reinheit wird durch eine Waschung vor dem Gebet hergestellt. Diese Waschung nennt man Abdest oder Voodoo. Man fasst zuerst die Absicht, sich für das Gebet zu waschen. Diese Absicht heißt auf Arabisch Niyah. Dann verwendet man reines Wasser, um Hände, Arme, Gesicht und Füße zu waschen. Man wäscht sich in einer bestimmten Reihenfolge. Nach der Waschung spricht man die Schahada. Das Gebet nimmt im Islam eine sehr wichtige Stellung ein. Es ist nicht nur einer der Grundpfeiler des Islam, sondern stärkt den Muslim zusätzlich in seinem Glauben, da er sich jeden Tag aufs Neue mit Gott und seinem Dienst an Gott auseinandersetzt. Wer täglich betet, dabei Bitten formuliert und um Verzeihung bittet, hält sich selbst regelmäßig dazu an, seine eigenen Handlungen zu reflektieren. Während man persönliche Bittgebete in allen Sprachen sprechen und den Inhalt des Gebets frei wählen kann, wird das rituelle Gebet des Muslims immer auf Arabisch gebetet. Da der Islam auch in vielen nicht-arabischen Ländern verbreitet ist, ist es für viele Muslime schwierig, das rituelle Gebet zu erlernen. Es werden vor allem Suren aus dem Koran resitiert. Viele Muslime lernen erst einmal den arabischen Gebetstext auswendig, ohne ihn genau zu verstehen. Hinterher lernen sie meist noch die Übersetzung in ihrer Muttersprache. Das rituelle Gebet besteht aus einer Abfolge von Bewegungen. Diese Bewegungen sind genau festgelegt und Muslime auf der ganzen Welt beten, abgesehen von kleinen Unterschieden, auf dieselbe Art und Weise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017